Überraschung, die die ganze Fanschaft bewegt hat Eine Überraschung hat die gesamte Fanszene im Hintergrund von Eintracht Frankfurt erschüttert. Leider gab es einen plötzlichen Abgang eines unserer Spieler, und Sie werden das nicht glauben. Die Besorgnis kehrt zurück. Aber bevor ich es Ihnen erzähle, wenn Sie ein SG-Fan sind, der den Verein liebt, lassen Sie ein Like da, um neue Updates zu erhalten und auf dem Laufenden zu bleiben. Kürzlich gab es eine Verletzung bei einem unserer Spieler. Ellis Skiri war aufgrund einer Oberschenkelverletzung vom Spielfeld abwesend und ließ die Herzen der Fans besorgt schlagen. Aber raten Sie mal, es gibt Licht am Ende des Tunnels, und die Möglichkeit, ihn an diesem Wochenende wieder im Einsatz zu sehen, ist näher, als wir denken. Dino Topmüller, unser Stratege, teilte gute Neuigkeiten über die Genesung von Skiri mit. Er macht sehr gute Fortschritte. Es sieht sehr gut aus. Wir sind zuversichtlich, dass wir ihn wieder auf den Platz bringen werden. Vielleicht sogar für einige Minuten am Sonntag, sagte Topmüller und verbreitete Optimismus in uns allen. Die Bilder zeigen, dass Skiri wieder mit dem Balltraining begonnen hat, Runden auf dem Platz dreht und das Beste daran ist, dass es keine Anzeichen von Schmerzen gibt. Das Herz schlägt schneller bei der Aussicht, ihn wieder in Aktion zu sehen. Adler Träger, erzähl mir hier in den Kommentaren. Denken Sie, er wird bereit sein, sich dem ungeschlagenen Spitzenreiter Bayer Leverkusen diesen Sonntag zu stellen? Ja oder nein? Ich hoffe doch. Und was halten Sie, leidenschaftliche Fans, von dieser aufregenden Wende hinter den Kulissen? Teilen Sie Ihre Erwartungen in den Kommentaren mit. Und natürlich bleiben Sie dran für mehr Emotionen und Überraschungen mit Eintracht Frankfurt. Bis bald, mit weiteren Neuigkeiten. Ach ja, vergiss nicht, dem Video ein Like zu geben, um deine Unterstützung für den geliebten Verein zu zeigen, und aktiviere die Benachrichtigungen, um alles aus erster Hand zu erfahren.